Hansa Blue Box Problembehebung Hansa Verlängerungssatz 59 914 182 Sollte die Hansa Blue Box zu tief installiert sein, wird ein Verlängerungssatz benötigt. Die Einbautiefe der Hansa Blue Box beträgt 75 bis 105 mm. Bei größerer Einbautiefe kann ein Verlängerungssatz eingebaut werden, welcher die Funktionseinheit um 15 mm verlängert. Maximal können zwei Verlängerungssätze mit 30 mm Verlängerung verwendet werden. Wasser absperren Entfernen der Dekorteile Griffe demontieren Thermostatgriff abziehen Griff Einhebelmischerschraube SW 2,5 lösen und Griff abziehen Abdeckplatte mit einem Hilfswerkzeug oder Schraubendreher vom Rosettenträger abnehmen Befestigungsschrauben des Rosettenträgers demontieren und Rosettenträger abnehmen Die Befestigungsschraube der Funktionseinheit mit einem Inbusschlüssel SW 5 lösen und Funktionseinheit entnehmen Vier Verlängerungsbuchsen im Einbaukörper in den Gewinden montieren, in denen auch die Funktionseinheit befestigt ist Verlängerungsplatte auf die Verlängerungsbuchsen schieben Diesen Vorgang gegebenenfalls mit einem weiteren Verlängerungssatz wiederholen Abschließend Funktionseinheit verschrauben Wasserversorgung herstellen und auf Dichtheit prüfen Rosettenträger und Dekorteile wieder montieren Untertitelung des ZDF für funk, 2017